...aus und bringt sie bewusst an, als man sagt, was er getan hat. Es gibt nur ein Problem bei ihrer Theorie, Kerso. Das wäre, das hier war kein Selbstmord. Das war kein... Wenn er sich erhängt hätte, würden die Spuren an seinem Hals nach oben zeigen. Dann muss sie auch hier. Aber die Regier-Adoptoren würden die Spuren darüber verlaufen, wie der Junge herbei ist. Dann würde mit dem Erhängung das Erwürgen verzischt werden. Es gibt auch perimortale blaue Flecken an den Armen und über den Rücken. Ich nehme an, dass wir alle kampf. Und die Verabredung ist sehr gut. In einem betrachteten Veränderung der Leichenplätze würde er einen halben Tag vor. Dann würde er ja noch bezweifeln lassen. Ja!